Ganz egal, welche Form von Rucksack ihr euch nun zusammenstellt. Ob die militärische Variante, in Anlehnung an die militärische Variante oder eher in Richtung Trekking. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Beides hat für bestimmte Zwecke auch seinen guten Grund und seine Existenzberechtigung. Was ist für das zivile Setting, für den Fall, dass wir von einem Punkt A zu einem Punkt B müssen, für das zivile Setting nun wirklich das Richtige? Ist es das Minimalist-Kit, was mit etwas mehr als einer abgesichteten Zahnbürste und einer Briefklammer daherkommt? Oder ist es der 120-Liter-Rucksack? Oder vielmehr, gibt es noch irgendwo irgendwas dazwischen? Und um die Abkürzung zu nehmen, ja, gibt es. Und das gucken wir uns heute an. Und ich erkläre euch, warum und was wofür ist. Gut, liebe Liebenden. Der Rucksack, den ich euch heute vorstelle, das ist letzten Endes nur ein symbolischer. Den habe ich inzwischen seit 2016, ist der Direct Action Dust. Die gehörten früher mal zu Helikontext. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Was ich hier drin habe und warum, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe hier drin eine Powerbank, Kabel und Kabel zum Aufladen meines Smartphones. Nein, das mit der Powerbank und die Kabel, dazu habe ich nicht in der Hosentasche. Ich habe sonst wirklich viel Mist in meiner Hosentasche. Das gebe ich zu. Aber wir zäumen, das fährt mal ein bisschen von der anderen Seite auf. Was brauchen wir in so einem Rucksack, mit dem wir täglich unterwegs sind? Was gegen großes Aua habe ich so oder so am Mann? Was hier also tatsächlich Sinn macht, ist irgendwas Kleines. Ein Erste-Hilfe-Set zum Beispiel. Das ist ein ganz einfaches Grund. Das, was uns da draußen, ganz egal wo, ob als Schreibtisch Täter am Papier geschnitten oder was. Das sind Bagatellverletzungen. Das ist gar nicht mal das große böse Aua. Das große böse Aua hat bloß den ganz blöden Haken an der Sache, dass das auch ein Leben lang tot macht. Der Schnitt im Finger alleine nicht. Aber der behindert uns trotzdem dahingehend so weit, dass wir wirklich gekniffen sind. Also Orkscheidys Erste-Hilfe-Kit bzw. entweder ein Erste-Hilfe-Kit oder ein Pflaster-Kit. Das Ganze darf dann auch gerne auffällig sein. Das Ganze darf dann auch in einer auffälligen Verpackung sein. Da darf dann auch eine Splitter-Pinzette mit drin sein, um gegebenenfalls genau diese aus dem Finger oder aus der Hand zu extrahieren. Und es darf gegebenenfalls auch eine Erste-Hilfe-Schere und vielleicht auch ein Dreiecktuch dabei sein. Das muss nicht spektakuläres, das muss nicht von einer Tazelmanischen Tigerin und schon gar nicht in schwarz. Das ist im ganz einfachen Grund. Mein Graffel, mein Erste-Hilfe-Equipment hat mir mehrfach dadurch alleine den Kadaver gerettet, dass diejenigen, die an dieser Unfallstelle waren und mir helfen wollten, und das kam definitiv vor, dass die mein Graffel gefunden haben. Und dann macht das keinen Sinn, wenn das irgendwie so ein schwarzer Ziegelstein oder meinetwegen irgendwas in Oliv ist. Und nach Möglichkeit habt ihr dieselbe Tasche in derselben Farbe nochmal, genau für Powerbank oder für Kabel. Das macht keinen Sinn. Das ist ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf an der Arschbacke. Kann man machen, braucht kein Mensch. Sieht eigentlich nicht mal hübsch aus. Merkt ihr es? So, ich bin in meinem Fall mit dem Auto unterwegs. Der ein oder andere ist von euch mit der Bahn unterwegs. Wie auch immer. Was bei mir so ein bisschen dabei zugrunde liegt, bei meinem Gedankenansatz, ist unter anderem die Dreierregel. Die Dreierregel werden viele von euch kennen. Drei Minuten ohne Sauerstoff machen ein Leben lang tot oder doof oder beides. Bis zu drei Stunden ohne Schutz vor den Elementen. Und da habe ich, ganz egal ob ich mit Bahn oder mit Auto unterwegs bin, dieses kleine schlammige Scheißerchen dabei. Das ist im Grunde ein Notfall-, Schlaf- und Biwaksack. Leider Gottes gibt es den von Mountain Equipment nicht mehr. Dazu habe ich mich schon mal ausgekaspert. Das Video gebe ich euch hier. So, bis zu drei Stunden ohne Schutz vor den Elementen wäre einigermaßen doof. Also habe ich dafür was als Wärmeerhalt mit. Was habe ich noch mit? Bis zu drei Tage ohne Wasser ist auch irgendwie doof. Bei mir geht das Ganze nach spätestens einem Tag los. Deswegen habe ich eine Nalgeneflasche mit. Die Weithaltsflasche. Die habe ich seit vielen, vielen Jahren mit. Das hat auch nichts mit sieben Gegenden ganz, ganz wild oder so zu tun, sondern ganz einfach mit der Tatsache, dass ich für mich merke, dass wenn ich zu wenig getrunken habe, dass ich brutale Leistungseinbrüche habe. Der ein oder andere von euch an Sportler und vielleicht sogar ein Leistungssportler wird es wissen. Ein Kilo Körpergewicht an Flüssigkeit verloren macht einen Leistungseinbruch von über zehn Prozent. That's a lot. Das ist wirklich viel. Habe ich was zu essen dabei? Nö. Muss ich was dazu irgendwie zu essen dabei haben? Nein. Zum einen habe ich genügend Biopren und habe genügend Gegenzusetzen und das mit der Ernährung, meine Damen und Herren, ist in diesem unserem Fall, um von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen, in meinetwegen 12, 24 oder meinetwegen auch 36 oder 48 Stunden mein allergeringstes Problem. Ich kann mir vielleicht noch einen Müsli-Riegel bzw. einen Protein-Riegel dazu packen. Das ist das, was bei mir auch wieder als nächstes dazukommt. Aber das war es dann auch pretty much. Dieses Geraffel ist sehr, sehr leicht. Das heißt aber auch mit diesem Geraffel seid ihr sehr, sehr mobil. Was hier jetzt noch fehlt in dieser Kombi, das ist mein Arbeitslaptop. Aber das ist das, worauf ich am ehesten verzichten kann. Da ist nichts drauf, was ich jetzt irgendwie mit meinem Leben verteidigen müsste. Dadurch, dass ich das Gewicht einspare, kann ich dieses Gewicht für was anderes nutzen. Ich kann es aber auch lassen. Was ich persönlich noch ganz gerne mit dabei habe, das ist aber letzten Endes nur mein kleiner Spiel. Das ist ein Notizbuch, dass ich da irgendwie mir Notizen macht, dass ich irgendwas am Schreiben bin. Dazu einen Stift dazu. Was ich noch dabei habe, gerade wenn ich irgendwie im Büro bin und meine Ruhe habe und mich wirklich eine Zeit lang fokussieren will, ist ein Satz Kopfhörer, über die ich Musik höre. Für mich ist Musik im Grunde wie eine gute Handcreme für die Seele. Das ist nur meine kleine Mahnung. Kann jeder halten wie ein Dachdecker. Wenn ihr draußen unterwegs seid, dann ist das mit den Kopfhörern schwierig. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ihr euch selbst der Sinne beraubt, auf die ihr wirklich angewiesen seid und eventuell auch Gefahrenquellen übersieht. So, was habe ich noch dabei? Panzerband. Panzerband in dem Fall nicht als Rolle, sondern tatsächlich auf so ein Stück Pappe gewickelt und dann ausreichend da rumgewickelt. Wie eine Vollbremsung in der belebten Fußgängerzone. Das habe ich grundsätzlich dabei. Dieses Set kann man jetzt munter weiter ausbauen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich von jetzt auf gleich irgendwie reisen muss, habe ich zum Beispiel in der Firma im Rollcontainer zwei NATO-Rollen. Was ist eine NATO-Rolle? Eine NATO-Rolle ist im Grunde T-Shirt, Unterhose, Strümpfe, das Ganze ineinander gedreht in einem Ziploc-Beutel und du bist, wie es so schön heißt, Rettich for Rock'n'Roll. Es ist leicht, es ist wasserlich verpackt und wie gesagt, du bist fluffig aufgestellt, um von A nach B zu kommen. Ich kann das Ganze aber zum Beispiel auch noch um einen Ziploc-Beutel ergänzen mit Hygieneartikeln. Ich persönlich empfehle sehr das gute alte Stück Kernseife, was die Leute aus meiner Generation noch kennen werden. Mit dieser komischen Plastikdose. Oh, Alter, sah das scheiße aus. Nichtsdestow nevertheless, diese Seife hat durchaus ihre Vorteile. Du kannst, wenn du damit da so feine Späne von abraspelst und die in so einer kleinen Schale oder so mit Wasser aufrührst, mit warmem Wasser, kannst du zum Beispiel einen Finger da drin tunken, indem du einen Splitter hast und es zieht zumindest in Ansätzen diesen Splitter raus. Schon ziemlich geil, wie ich finde. Du kannst damit aber auch, und jetzt wird es echt bizarr, dich einfach waschen. Das geht. Das tut auch nicht lange weh. Es gibt Reisesets an Zahndürsten mit entsprechender Zahnpasta. Altes Indianische Sprichwort sagt, use it or lose it. Der eine oder andere möchte sich eventuell den Gesichtspullover doch zwischendurch abnehmen, gerade aus der männlichen Fraktion. Bei den Frauen bin ich mir manchmal nicht ganz so sehr. Das ist eine andere Geschichte. Auch dafür gibt es die kleinen Flaschen. Finde ich persönlich hammergeil. Das Ganze im Ziploc-Beutel und tschüss. Und vor allem den ganzen Kram im Ziploc-Beutel hat für diejenigen von euch, die am Reisen sind, und auch darauf bin ich häufig angesprochen worden, es hat den Vorteil, dass du es im Ziploc-Beutel packst, bist du damit fertig für den Zoll. Bei der Kernseife kann nichts auslaufen. Bei den ganz kleinen Flaschen im Ziploc-Beutel bist du auch relativ schmerz- und gefahrlos dabei. Es kann einfach sein. Es kann wirklich einfacher sein. Was hier jetzt nicht drin ist, ist ein 12er Paket Scheißhauspapier. Was hier nicht drin ist, ist ein Wasserfilter. Kann man dazu packen, muss man nicht. Frischwasser in diesem unserem Land kriegt ihr überall mehr oder weniger öffentlich zugänglich an Friedhöfen. Denn die Blömsen, die wollen alle frisches Wasser und das ist Trinkwasser. Wir erinnern uns, Minimum für mich zwei von diesen Pullen am Tag. Sonst kriege ich Schwierigkeiten, Migräne und zwar handfeste Migräne. Muss es die Nalgeneflasche sein? Nö. So eine kleine Wasserflasche. Das ist das, was ich gehabt habe, bevor ich mir die Nalgeneflasche gekauft und in den Rucksack gepackt habe. Macht es nicht zu kompliziert. Halte es so einfach wie irgend möglich. So, da habt ihr jetzt kein Zelt drin, da habt ihr keinen riesen Schlafsack mit Temperaturbereich bis minus 12,90 Grad. Braucht ihr alles nicht. Wofür? Die Frage ist, und die solltet ihr euch sehr, sehr gut ausstellen, wo the fucking hell für. Bei manchen Persönlichkeiten, die dann so ihren Inch, ihr I never come home back vorstellen, der von vielen unfassbar falsch übersetzt wird. Aber wirklich unfassbar falsch übersetzt wird. Bei denen frage ich mich ganz ehrlich, was wollen die damit? Wollen die flüchten? Wollen die campen? Oder wollen die den Planeten verlassen? Für mich, für mein kleines Auge, sieht es nach letzterem aus. Das Giraffe hier mit diesem Rucksack wiegt keine zwölf Kilo. Und zwar voll aufgerüdelt. Mit Wasser, mit den beiden NATO-Räumen, mit dem Hygienepack und so weiter und so fort habe ich keine zwölf Kilo auf dem Rücken. Das ist ein Witz. Das sind glaube ich nicht mal 10. Ich glaube, ich wiege das mal nach. That's it. Das war's. Ja, du kannst einen Rucksack nehmen mit 120 Liter. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Wir haben gerade vor uns hin koroniert. Und ich weiß nicht, was ich YouTube verbrochen und getan habe, aber ich kriege ja Videos angeboten. Ich wollte einfach mal gucken, was denn so die Damen und Herren in der Prepper-Szene in Amerikanien und in Kanada machen. Da ist einer von den Vögeln dabei. Auch wieder so ein riesen Rucksack, wo du ganz genau weißt, wo du den Typen ansiehst, wo du den Rucksack ansiehst. Die haben noch nie irgendwie schönes Wetter zusammen draußen genossen. Also gar nicht. So, dann stellt er das Ding vor und packt es aus. Ein Multitool, ein mittleres, nennen wir es mal ein mittleres Messer mit feststehender Klinge, ein großes Messer mit feststehender Klinge, eine Axt, also so ein Campingbeil, ein genauso großes Tomahawk, eine Klappsäge, Schlafsack, Isomatte, Plane, also eine Art Tarp, ein kleines Zelt. Alter, was der ein Geraffel rausgeholt hat. Ich bin bald blind geworden. So, und jetzt ratet mal, was in diesem Geraffel fehlte. Kommt ihr drauf? Es war nichts, wirklich gar nichts an Erste-Hilfe-Equipment dabei. Und es war nichts an Hygieneartikeln dabei. Und es war kein Scheißauspapier in seinem 12.000 Liter Rucksack. Und das ist einer von denjenigen gewesen, die in einem Video zuvor mit großer Überschrift, diese Items werden als erstes ausverkauft sein, wenn die Krise eintritt. Das Ganze halt auf Englisch. Erinnert ihr euch an die Zeit kurz vor Corona, beziehungsweise als Corona losging mit den amerikanischen Prepper-Kanälen? 50 Items, die ihr unbedingt horten müsst. Und womit fangen diese Klappsparten an? Mit Scheißauspapier. Bei einer Erkrankung, bei einer Pandemie, die sich nicht erschießen lässt, mit keiner Munition der Welt. Und die sich über die Lunge überträgt. Nicht über den Arsch. Und jetzt geht das Geheule, das ist ein ne zwei Wochen alt. Jetzt japst der schon wieder rum wegen Scheißauspapier. Ich werd wahnsinnig. Ich seh das schon in den Schlagzeilen, ne? Bevölkerung in Amerika und in Kanada zugrunde gegangen, weil Toilettenpapier ausgegangen ist. Und ganz ehrlich, wenn das tatsächlich eintreten sollte, also man darf mich ruhig für eine Böse umgehalten, aber dann ist das vielleicht auch besser so. Ganz ehrlich. Das kannst du dir nicht schön saufen. Und was du da irgendwie noch irgendwie dazu packst an Klappsäge und Tralala und Hupfdatter für das Alltägliche, um von A nach B zu kommen, vergiss es. Kein Stück. No way. Kenners, das waren so meine Gedankenansätze. Wie gesagt, ihr seid mit diesem Kit, was ich gerade vorgestellt hab, insgesamt bei bommelig zehn Kilo, zehn irgendwo zehn bis zwölf Kilo und dann ist Schluss. Mehr braucht es nicht. Punkt. Full stop right there. Leute, ich bin über 50. Ich hab nicht ewig Zeit. Mir war's ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!